Die Schlacht bei Posada wurde der Überlieferung nach vom 9. bis zum 12. November 1330 zwischen einer ungarischen Armee unter der Führung von König Karl I., Robert und einer von Basarapi, geführten wallachischen Streitmacht geschlagen. Die Schlacht endete mit einer vernichtenden Niederlage der zahlenmäßig deutlich stärkeren ungarischen Armee. Ausgangslage Nachdem 1301 mit dem Tod von König Andreas III. das Herrschergeschlecht der Apaden erloschen war, folgte im Königreich Ungarn eine Zeit der Feudain-Zersplitterung und innerer Wirren. Die Magnaten des Königreiches übten in den folgenden Jahren faktisch die Herrschaft aus und betrachteten die Königswahl innerhalb der weiblichen Linie der Dynastie als ihr Privileg. Den beiden auf Andreas III. folgenden Königen gelang es nicht, sich gegen die Magnaten durchsetzen und die königliche Zentralgewalt zu erneuern. Erst König Karl I., Robert aus dem Haus Anjou konnte die Zentralgewalt nach jahrelangen Auseinandersetzungen mit den Magnatenfamilien wiederherstellen. Durch die lang andauernde politische Krise des Königreichs wurden auch erste Verselbstständigungstendenzen in den von ihm beanspruchten und nicht oder, nicht mehrheitlich von Marjaren besiedelten Gebieten begünstigt. Im Land südlich der Karpaten, das lediglich eine Art Außenposten des Königreichs war, gelang es schließlich Basarabi, verschiedene politische Einheiten, die sich Ende des 13. Jahrhunderts hier zu bilden begonnen hatten und deren Konsolidierung durch die innerungarischen Wirren erleichtert worden war. Unter seiner Herrschaft zum Fürstentum Wallachei zu vereinen, das Bestreben Basarabsi, sich aus der ungarischen Oberhoheit zu lösen, veranlasste König Karl I., Robert schließlich im Jahr 1330 zu einem Feldzug gegen den wallachischen Herrscher, der das Ziel verfolgte, die ungarische Oberhoheit über die Wallachei wiederherzustellen. Ablauf der Schlacht Karl I. Robert gelang es ohne große Mühe nach Körtideages, der wallachischen Hauptstadt, vorzustoßen. Basarabsi hatte sich vor dem seinen Streitkräften weit überlegenen ungarischen Herr in Richtung der Berge zurückgezogen, wohin ihm dieses nun folgte, da es Karl I. Robert aber nicht gelang, seinen Gegner zu fassen. Seine Armee Verpflegungsschwierigkeiten hatte und die Jahreszeit bereits weit fortgeschritten und für Kampfhandlungen ungünstig war. Sah er sich schließlich gezwungen, mit Basarab in Verhandlungen einzutreten. Den Quellen zufolge wurde ein Waffenstillstand geschlossen und der ungarische König soll sich verpflichtet haben, das Land auf dem kürzesten Weg zu verlassen, wenn ihm die Wallachenführer stellen und seine Armee einen Weg aus den Bergen weisen würden. Die von den Wallachen gestellten Führer sollen das ungarische Herr nun in einen sorgfältig vorbereiteten Hinterhalt gelockt haben, dessen Schauplatz nach wie vor Gegenstand von Spekulationen ist. In einer Bergschlucht, die unter anderem bei Lovisti im Tal des OLT in den Transsilvanischen Alpen zu lokalisieren versucht worden ist, wurde das überlegene, auf dem schmalen und gebirgigen Terrain allerdings weitgehend hilflose ungarische Ritterherde über Lieferung nach mehrere Tage lang von allen Seiten von den Wallachen attackiert. Im Begleittext der ungarischen Bilderkronik heißt es dazu, die unzählbaren Massen der Wallachen hoch oben auf den Felsen, ließen Pfeile auf die ungarische Armee im Tal darunter niederregnen entlang einer Straße, die nicht einmal Straße genannt werden sollte, sondern richtiger ein schmaler Pfad auf dem unfähig zu manövrieren die besten Pferde und Soldaten im Kampf fielen, weil sie wegen der steilen Felswände, die Wallachen zu beiden Seiten der Straße weder attackieren, noch vor Rücken oder flüchten konnten. Die Soldaten des Königs waren gefangen wie Fische auf dem Trocken, Jung und Alt, Prinzen und Edle gleichermaßen fielen ohne Unterschied in der Schlacht. König Karl Robert gelang es, dem Inferno mit wenigen Begleitern zu entkommen, indem er, wie berichtet wird, seine Gewänder und seine königlichen Insignien einem seiner Hauptleute gegeben habe, der gleich darauf durch einen Hagel von Steinen und Pfeilen getötet worden sei. In einfachen Kleidern konnte er schließlich unerkannt wieder nach Ungarn zurückkehren. Folgen Die vernichtende ungarische Niederlage erregte nicht nur internationales Aufsehen, sondern stärkte auch Basarabs Position und die seines Fürstentums im internationalen Mächtekonzert. Durch Bündnisse mit den bulgarischen und serbischen Herrschern versuchte Basarab in der Folgezeit die nach der Schlacht de facto unabhängige Stellung seines Landes zu bewahren. Auf Dauer konnte die Wallachei jedoch dem Druck ihrer beiden übermächtigen Nachbarn im Norden und Süden, dem Königreich Ungarn und dem seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts auf dem Balkan expandierenden Osmanischen Reich nicht standhalten. Das politisch-militärische Agieren dieser beiden Großmächte nötigte die Wallachischen Woi wurden in den folgenden zwei Jahrhunderten zu einer permanenten Schaukelpolitik, die dem Land keine länger andauernde innere Stabilität zu bringen vermochte. und des